Krieg ich den? Oh, wenn der weitergegangen wäre Komm den blauen da Sind wir jetzt so ein Blöder oder was? Hä? Wie? Wie? Best Bow Sniper ever, Alter! Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft Bandwars Mal ein Russia Map mit den Marvin Hallo Marvin So Auf der Karte Antik Ja? Ja, auf der Karte Antik, genau Ist das Antik? Bin ich schlau Jetzt habe ich das tatsächlich vergessen zu sagen und das gibt es doch gar nicht Marvin, hast du dich gerade das erste Mal umgebracht? Nein, ist das Antik? Ich weiß es nicht, guck doch einfach Ich weiß nicht, ob es Antik ist Jetzt bauen wir hier mal wieder stylish Oh, wir bauen nicht stylish Oh, wir haben sehr stylish gebaut, Leute Das... Okay, wir sind auf jeden Fall nicht die ersten in der Mitte Das ist sehr geil Marvin, es wäre sehr gut, wenn du mal meinen stylischen Weg da zu Ende bauen würdest Weil ich habe ein bisschen stylish gefällt Ich baue mir aber erst Eisen holen Oh, genau Ja, dann hol du dir erst Eisen und ich fail weiter mal Ich glaube, das erste Bett ist gleich abgebaut, wenn ich es richtig sehe Nein, ich habe mich verguckt Genau, jetzt baut er unseren stylischen Weg weiter Und da fliegt keiner, das sah nur so aus Okay, ich nehme alles zurück Jetzt hat er natürlich das Gold der Arsch Los Ach ja, genau, jetzt hör halt auf Ich habe noch 46 Blöcke Achso Okay, jetzt hat er das Gold Das darf jetzt nicht wahr sein Ich muss den töten Ich darf den nicht in die Base zurücklassen Mach den Mund auf Wo ist der Typ? Ist der noch hier? Natürlich nicht Er hat sich schön mit dem Gold verpisst So, ich baue uns hier jetzt mal einen Schutz Mhm, ein Schutz Ja Mach das mal Fuck, der kommt Das machst du richtig Er hat einen Schwert, natürlich Ja, klar Wie soll ich... Marvin, komm mal bitte Wir müssen hier einen gewissen Typen erledigen Okay, nee, Blau hat einen Bogen Das ist jetzt gar nicht gut Ich hole mir mal schnell Eisen Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut So Äh, brauchst du Schuhe Äh, nee, brauchst du Schuhe Äh, nee, brauchst du Schuhe Äh, nee, brauchst du Schuhe Zieh, zieh die Schuhe an Ich tu das sonst leere Beine Ja Füße Ja Wenn ich keine Schuhe an habe, tut es weh die Beine Auf jeden Fall Ja, so kenne ich den Marvin, wurde dir runtergeschossen Nein Hast du die Mitte, lol Ja, doch mal die Mitte Ja, doch mal die Mitte Ja, doch, ja Ja, doch, ja Sich mal so bisschen eben Gold geschnackt Kein Problem für Mario Ja Oh, ich bin zu blöd, sie wegzubauen Ja, ich seh's im Hintergrund Äh Ey Ah Ah Nicht die Blöcke wegschmeißen, die brauch ich doch noch Ja Ja, Mann Hast du jetzt endlich auf'n Bogen? Nein Ja Wo bist du denn? Jetzt hab' ich sogar Ich hab' sogar zwei Bogen Oh, mir geht zurück Ich komm mit Ich Will zum Bogen? Äh, ja, gerne Level 1 am besten, oder am schlechtesten Okay Da komm' Blauer, hol dir ganz schnell den Bogen Ähm Einmal Zweimal Einmal Zweimal Zweimal Fuck, der hat'n Bogen ja natürlich, dann ist es natürlich Oh, ich hab' das Gold Oh, ich hab' das Gold Jetzt muss ich nur sehen, dass ich zurück in die Base komme Waaaah Ja, ich hab's geschafft, ich hab' 4 Gold Ich hab' mir das Gold noch gesnackt Hier, 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 hier Hier Oh, danke, sogar'n Bogen Pfeil Oh, was lecker Ist gut, jetzt brauchen wir Äh Eine Spitzsacke Aus Eisen Nein, eine Spitzsacke hab' ich Äh, hättest du noch ein Gold vielleicht? Nein Krieg's den? Oh, wenn der weitergegangen wär' Komm, den Blauen da Wird so'n Blöde, oder was? Hä? Wie? Wie? Alter Best Bow Sniper ever, Alter Komm, den Blauen, den krieg ich jetzt aber Alter Los, jetzt komm' nochmal schnell mit Ne, warte Warte, ich lass' 4 Gold hier Alter Noo Los, jetzt komm' schnell mit Ja Den hab' ich Perfekt Ich hab' den Blauen Bis in Mitte Oh, perfekt hab' ich im Grunde gesnippet Gesnippet So, jetzt komm' ich aber mit ihr Yeah, wieder 4 Gold So, kommt her, Freunde Treff' ihn nicht, ne? Kommt her, Freunde Ja, komm her Ja Ja Oh mein Gott, ich treff' auch wirklich nicht Komm unten in den Chat Äh Ist das unsere Base, Nigel? Nein Die sind gut Ich hab' nämlich 7 Gold momentan Das ist ja schlimm Ich hab' jetzt 7 Gold und bin immer noch in der Mitte Soll' ich zurückkommen, oder 8 Gold sogar? Schon wieder Scheiße Okay, wie sollen wir das jetzt machen? Soll' ich... Ich hätt' mir ne Warp Power mitnehmen sollen Scheiße Es war die falsche Richtung Der falsche Knopf Hä? Ach, du bist selber... Oh mein Gott Marvin Ich hab' Das kann ich dein Ernst sein So, ich hab' jetzt 12 Insgesamt In der Base nicht noch 4 Gold Heißt, du kannst hier noch einen Bogen machen Oder was auch immer du mehr machen willst Und jetzt muss ich ganz schnell rennen 3 Min 3 ich bin bei uns ich hab 12 Gold so ich hab drei Gold erstmal Eisenschwert Kauf ne das ist Standard um so kaufen mir auch mal was schönes den kannst du gerne haben und ein Pfeil Oha verdammt schlägt so Loi ich hab n'n doch getroffen oder? Hab ich den, wenn ich den jetzt gekillt hab LOL Nein, 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 nein Du hast kein Eisenschwert, du wirst jetzt sterben Ja Oh Genau Wie viel kostet denn dieses Warp Powder? Oh, noch mal drei Ja Komm doch her, Mann Komm her, du Ja, komm her Nochmal So Nochmal drei Gold, alter, das läuft doch Wir sollten echt mal eine Endertruhe kaufen, damit du dich dann mal erquicken kannst Da ist keiner Ich bin schon halb erquickt Ja, okay Okay Warte mal, war das eigentlich ein 4x2, das dann nämlich ausfindet Ne, das war ein 4x2, stimmt Yo Ich hab den Blau Nein, oder? Waren wir drinnen Waren wir drinnen Ich hab nur die Spitzacke Toll Okay, jetzt muss ich Oh mein Gott Klasse, stirbt Mongo Er hat mich nicht einmal getroffen Okay, das einzige, was ich jetzt machen kann, ist in die Mitte zu gehen und den Blau nicht mehr runter zu snipen Warum hast du mich gerade abgeschossen? Hab ich nicht So, dann würde ich sagen, ich gehe mal zu Blau jetzt Weil da ist nur ein Typik, gerade eben Ich hab mir gerade was gekauft So, blau hab ich So gut wie Ich bin, also ich bin wirklich etwas eingerostet Komm doch hin, ey Nein Oh, nicht runter Oh, sind die gut, ey Komm, das ist antik Wo ist denn das scheiß Bett? Oh nein, nicht runterkicken Oh, 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 scheiße, scheiße Oh, das war knapp Komm, jetzt haben sie aber Ja, ja Na, hä, ich hab den Block, hä, ich hab den Block schon zweimal abgebaut Hallo, lol Äh, Marvin Siehst du das gerade? Ja Ich kann den Block nicht abbauen Ja Hä Dann nimm den da Dann nimm den da vor Lol Ich hab den Block schon zweimal Äh, wollt ihr mich verarschen? Hä? Junge, was geht hier? Dann nimm den anderen Block Die gehen alle nicht Die gehen alle nicht What? Marvin Äh, Marvin, wollt Hä, Marvin, das kann doch nicht sein, oder? Nein Marvin, ich kann dir keinen Block ab Dann nimm den Ja, hä? Dann kauft den TNT und springt es weg Hä, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht sein Kauft den TNT? Das mit TNT weg Ich weiß es nicht Oder wie wär's, dann kauft du mal eine bessere Spitzhäcke Anstatt zum Holzding Hä, das kann doch gar nicht sein Oder kann ich das mit dem Ding Kauft den Eisenspitzern Ja, das kann jetzt natürlich auch sein Wenn das das Problem war, dann kack ich mir ein, Alter Hihihi, nein, das ist ja nicht das Problem, aber Nicht euer Ernst, oder? Geht nicht So, es geht Und das war das Problem, was ich gerade hatte Ja, aber normalerweise geht das mit einer Holzspitzhäcke auch Wie dumm, ey Komm her, du blauer Du roter meine ich Oh, rot wird ganz gut geschnitzelt Komm, machst du kaputt Und der Bossgamer hat den getötet Und jetzt gehe ich nämlich zu rot Oh, das hat kein Bett mehr Oh, dann Dann habe ich den direkt getötet Ja, okay, zu grün Komm, den snab ich nicht runter Nee, natürlich nicht Oder? Äh, der ihr Bett ist komplett zugebaut Egal, das ist nicht schon Also, nee, nicht das von Grün Von Grün, die haben sich nicht mal eingebaut Und da hat nur einer was Den muss ich jetzt töten Ja, das ist was In der anderen Fall ist Der blaue Nein, Suizidis Oh, nein, das hat mir Leben gezogen Oh, 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 den muss ich kriegen Den, komm, komm, komm Das darf jetzt nicht sein Das darf nicht mein Ende sein Oh, geil Jetzt muss ich nur noch gegen Grün, ne? Ja, es hat nur einer von Grün was Und der andere ergriffen sich gerade Scheiße, ich bin verloren Ich bin verloren Ja, das war klar Okay, ähm, war eine spannende Runde Auch, äh, wenn unser Bett fast als Nee, es wurde sogar als erstes abgebaut Ich hab mein nötigstes versucht Ja, oder zweites Ja, ich hab das erste Jahr gehabt Gut, auf jeden Fall Danke fürs Zusehen Wir sehen uns zum nächsten Part Von Let's Play Minecraft Bad Wars Und, ja Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, Like geben Marvin, willst du noch etwas sagen Zu dieser erbärmlichen Runde? Äh Ich bin eingerostet Ja, das wissen wir Und, äh, ich bin gerade Tschüss Okay Ja, ciao Leute